hallo und willkommen meine lieben euer was mit mir aus diesen buchenscheib was eigentlich für den kamin gedacht war eine dänisch teurer es geht auch im herbst zu deswegen auch die habsdeko dazu und wie ich das gemacht habe das seht ihr es viel spaß dabei so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen da, schreibt in die Comments, ich möchte gerne eine Runde mitschreiben und natürlich, wer mag, ein Abo. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Kanal, dann haut mir einfach eine auf die Glocke. Dann wisst ihr immer, was Fakten ist. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß an meinem Kanal und ich sage schon mal Tschüss.